Wo bist du gerade? Auf dem Runway, versuche zu landen. Oh, liegen da Teile von uns? Ja, sieht so aus. Ja, unser Hacker-Otour. Das ist schlecht. Zum Beispiel, wenn du da zum Beispiel ein Setting siehst, die BCB-Pause-Selected-Type-Position-Switch-Off-On, dann kannst du das mit deinem Autocoders einstellen. Ah, wieder der Sacker. Ach, nur wie. Der hält auch nichts aus. Ich guck mal zu. Ich guck mal. 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 Wir gucken mal wie schon. Ich guck mal die Zardes. Ich gucke mal. Ich guck mal... Und da noch eine große Lunde stehen. Es wäre schon gleich, der driftet uns nach links. Vorsicht! Echt ein irres Rennpferd, hast du gesehen, wie ich das umgerissen habe? Oder was jetzt zu konzentriert? So, direkt neben unserem Heck parkiert. Und es läuft. Okay. Ja, dann... Rifle! Ja, Treffer. Ich hab die Rakete im Flug erwischt. Rifle? Ups, daneben. Ja. Rifle? Hm, jep. Und, Rifle. ok das ist ok auf den hatte ich zwar nicht gezielt der hinter dem der lkw hinter dem lkw der die rakete geht ja hoch und runter und da kann das schon mal passieren wenn davor was ist ja dann sind wir auch winchester